Der ehemalige Fremdenlegionär galt als der härteste Schläger seiner Zunft. Ivans Trainer schwärmt noch heute von seiner ehemals besten Kampfmaschine. Man sieht die gute Deckung von Ivan. Er beginnt beides mit dem Boxen, dann macht er einen Low Kick, nochmal einen Low Kick. Der hat sich schon zu einem Punktgewinn führt und der geht schon zu irritieren. Und dann geht er wieder nochmal Low Kick und dann geht er nach oben mit Boxen, kurz an die Winkel, der Linkerhack und das war's. Durch seine Siege wurde...